Liebe Kolleginnen und Kolleginnen, wie ihr wisst, die Betriebsratswahl steht an. Aufgrund der aktuellen Situation können wir leider nicht persönlich mit euch sprechen und deshalb haben wir dieses Video für euch aufgenommen. Ich bin vor drei Jahren zur Gigafactory gekommen, ich hatte Bock, ich hatte Lust auch was zu verändern. Jetzt nach drei Jahren bin ich erschöpft, auch viele Kollegen kommen auf mich zu und sagen mir, ey du Edgar, ich kann nicht mehr, dagegen müssen wir jetzt ankämpfen. Hey Leute, ich weiß ganz genau, wie schwer ihr alle teilweise in den Linien arbeitet, wie schwer die Arbeiten sind, wie viele von euch krank sind von der Arbeit, ob psychisch oder körperlich. Daher gibt es nur einen Weg, wenn wir das ändern wollen. Wir brauchen einen Betriebsrat, der hinter euch steht. Für bessere Arbeitsklima, für bessere Bedingungen, dass wir keinen Druck erleben von Management. Die aktuellen Produktionsbedingungen sind unzumutbar und deshalb benötigen wir längere Taktzeiten. Wir brauchen angemessene Bandpausen und zusätzlich muss die Unterbesetzung aufhören. Wir brauchen mehr Mitarbeiter. Mich stört, wie wir als Bedingtschaft gespalten werden sollen. Es wird gespalten nach nationalitäten, es wird gespalten mit Karriere und Aufstiegschancen. Wir als Liste der EG Metall sind der Meinung, dass wir nur gemeinsam für unsere gemeinsamen Interessen kämpfen können, für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Ich habe den jetzigen Betriebsrat zwei Jahre lang erlebt. Wir wissen alle, es geht definitiv besser. Man kann definitiv mehr erreichen. Dass man auch, wenn mal Wind kommt, Haltung bewahrt und stehen bleibt und nicht direkt umkippt. Das ist für mich ein geiler Betriebsrat. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, was mich richtig aufregt. Das ist die Betriebsvereinbarung, die der Betriebsrat abgeschlossen hat, wo der Arbeitgeber über zehn Tage über unseren Urlaub verfügen kann. Jetzt will er von uns sogar 17 Tage haben. Wo kommen wir denn hin? Das sind ja amerikanische Verhältnisse. Und mit einem guten Betriebsrat wird das abgeschafft. Jetzt ist es an der Zeit, Gesicht zu zeigen. Nur mit der EG Metall zusammen schaffen wir den Tarifvertrag. Mehr Geld, mehr Freizeit und mehr Struktur. Geht zur Wahl, setzt das Kreuz an der richtigen Stelle. Weil sich jetzt was ändern muss. Und wählt die Leute, die eure Interessen am besten wahrnehmen. Daher wählt ihr uns. Ohne euch werden wir gar nicht wählen. Wählt die EG Metall-Liste. Damit wir uns für euch einsetzen. Alle Polen gehen auf die Ebene und wählen auf die EG Metall-Liste. Und wir werden das Unternehmen verändern. Dein Arbeitsplatz, deine Regeln. Wählen Liste 2 für einen Betriebsrat, der zuhört und handelt.